Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 28. Juni 2024, sprechen wir über die Eingabe von VanEck eines Solana ETFs. Wir sprechen darüber, wie das den Solana-Preis in der Zukunft beeinflussen könnte. Dann sprechen wir darüber, dass Coinbase die SEC und die FDIC anklagen möchte. Wir sprechen über eine Partnerschaft zwischen Coinbase und Stripe und über die erste Präsidentschaftsdebatte, bei welcher nicht über Krypto gesprochen wurde. Springen wir in diese erste News-Story und zwar ist gestern überraschenderweise die Nachricht herausgekommen, dass VanEck, welche bereits einen Bitcoin ETF live haben und einen Ethereum ETF eingegeben haben, nun auch eine Eingabe für einen Solana ETF offiziell gemacht haben. Viele Leute waren da insofern überrascht, weil natürlich Solana gemäss der SEC in die Kategorie einer Security, also eines Wertpapiers, reingeht und somit die Chancen für einen Solana ETF um einiges tiefer sind als zum Beispiel bei einem Ether ETF. Sprich, wir gehen davon aus, dass der Solana ETF zwar eventuell kommen könnte, aber um einiges später. Momentan diskutieren natürlich viele Leute nach wie vor über den Ethereum ETF, aber der Solana ETF hat nochmal ein bisschen Schwung in die ganze Story reingebracht. Viele Kryptowährungen konnten wieder in den positiven Bereich klettern und somit ist natürlich auch die Diskussion bezüglich der Preisentwicklung von Solana vonstatten gegangen. Der Kryptomarketmaker GSR Markets hat dabei auch einen Bericht herausgegeben, lustigerweise genau zur gleichen Zeit wie die Eingabe von VanEck bezüglich des ETFs und da schreiben sie drei mögliche Szenarien vor. Sie sagen auf der einen Seite das Bären-Szenario, dabei würde der Solana-Preis um nur 1,4 Mal den heutigen Preis steigen. Bei einem Baseline-Szenario, also sagen wir in allen Normalen, wäre der Preisanstieg etwa um 3,4x und bei einem Blue-Sky-Anstieg, also wenn alles richtig rund läuft und Solana so ein bisschen in die Top 3, also Bitcoin, Ether und Solana aufsteigt, dann spielen sie im Bereich von etwa 9x. Also der Preis von Solana könnte auf 1.320 US-Dollar steigen, wenn die ganze Geschichte so rund geht, wie es GSR Markets beschreibt. Ob jetzt Solana wirklich so stark performen wird, ist eine andere Frage. Gestern bei der Präsidentschaftsdebatte, bei welcher übrigens über Krypto gar nicht diskutiert wurde, sind vor allem wieder die Meme-Coins durch die Decke gegangen. Einige Meme-Coins, die natürlich bereits auf Solana laufen, hatten entsprechend performt. Auch der Boden-Meme-Coin allerdings negativ, weil Joe Biden in der Präsidentschaftsdebatte nicht so gut performt hat. Und das zeigt halt so ein bisschen die Wichtigkeit von Solana im Ökosystem, ob man dabei eigentlich darüber glücklich ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber Solana powert zumindest die Meme-Coin-Kultur relativ stark. Dann sprechen wir über Coinbase, die haben nämlich zwei Klagen eingereicht. Einmal gegen die SEC und einmal gegen die FDIC. Und zwar geht es dabei um das sogenannte FOIA und FOIA steht für Freedom of Information Act. Das ist ein Gesetz, bei welchem jede Person grundsätzlich anfordern kann von offiziellen Organisationen, also eine Person kann von der SEC anfordern, wieso die SEC zum Beispiel Ethereum als Security oder eben keine Security betitelt hat. Die SEC ist dann verpflichtet, diese Information der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und Coinbase behauptet jetzt bei diesen zwei Klagen, dass die SEC und die FDIC lange Coinbase eigentlich im Dunkeln warten gelassen haben bezüglich der Regulierung um Ether. Spezifisch Ether sei als Security betitelt worden und man habe eigentlich nie darauf geantwortet, wieso denn genau das der Fall sei. Jetzt speziell auch bei der Solana-Diskussion wird das natürlich wieder ein spannendes Thema, denn die SEC hat bei einer Anklage gegen Coinbase und auch gegen Kraken zum Beispiel Solana rein theoretisch als Security betitelt. Das würde dann natürlich auch bedeuten, dass der Solana-ETF in diesem Zusammenhang gar nicht erst rauskommen könnte. Bei der Ether-ETF-Diskussion ist es so weit gekommen, dass man davon ausgeht, dass Ethereum eben kein Wertpapier ist und somit natürlich die Situation um den ETF um einiges entschärft wurde. Coinbase geht also komplett in die Offensive und möchte dabei auch gegenüber der SEC und der FDIC ein Zeichen setzen. Dann sprechen wir über eine Partnerschaft zwischen Coinbase und dem Kreditkartenzahlungsanbieter Stripe. Die haben nämlich angekündigt, dass sie zusammen global die Adoption von Krypto weiterführen möchten. Und zwar möchte man Stripes Fiat zu Krypto-On-Ramp-Technologie brauchen und das in das Coinbase-Wallet integrieren, um somit eigentlich von Fiat in die Kryptowelt zu unterstützen. Das Interessante dabei ist, dass unter anderem auch Base als Technologie dahinter genutzt wird. Und auch das wieder ist natürlich ein sehr bullischer Case für Base, die L2-Technologie, die von Coinbase mitentwickelt wurde. In der Zwischenzeit sprechen viele Leute über einen möglichen Airdrop von Base. Was man dafür machen muss, um idealerweise dabei davon zu profitieren, das erfährst du unter airdrop1.bluealpine.ch slash airdrop-oneone geschrieben. Da kannst du nämlich mitmachen und deine Chancen auf einen Airdrop idealerweise erhöhen. Und wie gesagt, bei der Präsidentschaftsdebatte am gestrigen Abend ist es zu keiner Erwähnung von Krypto gekommen. Es wurden sehr, sehr high-level die Themen diskutiert. Die Finanzmärkte sind nur angeschnitten worden. Man hat über eine gute oder eine schlechte Wirtschaft gesprochen, aber nicht wirklich über Krypto. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in einer zweiten Runde eventuell das nochmal ein Thema werden könnte. Das war es von der heutigen Folge. Wir hören uns am Montag wieder. Ich wünsche ein sonniges Wochenende. Macht's gut und bis dann.